Mark Terrenzi in Therapie, Ex-Serra Conner und ihr Mann sind große Stützen.Mark Terrenzi macht eine schwere Zeit durch. Glücklicherweise halten seine Ex-Frau Serra Conner und ihr neuer Mann Florian Fischer weiter zu dem Sänger. Berlin, vor rund einem Monat begab sich der ehemalige Letztensteilnehmer Mark Terrenzi freiwillig in stationäre Behandlung. In einer Berliner Entzugseinrichtung wird er wegen seiner Alkoholprobleme behandelt. Doch der Sänger ist in noch mehr unschöne Schlagzeilen verwickelt. Dazu zählen der Prozess wegen einer angeblichen Belästigung einer Minderjährigen und die Trennung von Verena kehrt, und dennoch seine Ex steht fest zu ihm. Mark Terrenzi, Ex-Frau Serra Conner und Florian Fischer stehen ihm bei Punkt Die turbulente Promi-Beziehung war von Ausrastern und handfesten Streitigkeiten geprägt. Doch nicht nur das prägte sein Leben negativ, aufgrund der ganzen Negativ-Schlagzeilen verlor Terrenzi Jobs und Freunde. Doch eine stand immer an seiner Seite, Ex-Frau Serra Conner, die sich übrigens auch schon zu seiner Einlieferung ins Krankenhaus geäußert hat. Mit der Sängerin war der Ex-Dschungelkönig von 2004 bis 2010 verheiratet. Zusammen haben sie die Kinder Tyler und Summer. Auch Sarah Conners Mann Florian Fischer lässt den von Krisen gebeutelten Reality-TV-Star nicht im Stich. Laut Bild-Zeitung fuhr ihn der Musikmanager nach seinem Zusammenbruch sogar in die Klinik, wo er eine Therapie begonnen hat. Mark Terrenzi schätzt sich glücklich, diesen ganz besonderen Rückhalt zu haben. Sarah, Florian und die Kinder haben mich immer unterstützt, und natürlich Mandy, erklärt er. Dabei spricht er von seiner besten Freundin Mandy Johnson, die in Kanada wohnt. Ich bin sehr dankbar, dass ich sie alle in meiner dunkelsten Zeit in meinem Leben habe, betont das Ex-Boy-Group-Mitglied. Mark Terrenzi über Support seiner Ex-Frau Serra Conner, ich bin sehr dankbar. Die 39-Jährige führte Terrenzis Zusammenbruch auf seine toxische Romanze mit Verena kehrt zurück. Er wurde in seiner letzten Beziehung nur gedemütigt, verletzt und klein gemacht, offenbarte sie. Mark hat kein Selbstwertgefühl mehr. Es geht ihm sehr schlecht. Dieses Gefühl versucht er zu betäuben. Alleine schaffte er es nicht, aus seinem dunklen Loch herauszukommen. Nun erhält der US-Amerikaner endlich die Hilfe, die er benötigt. Bleibt ihm nur zu wünschen, dass es ihm ganz bald besser geht. Das Ganze ist erinnert. Untertitelung des ZDF, 2020